Hallo meine treue YouTube-Community, vorab bevor wir mit dem Video beginnen, wollte ich euch nur darauf hinweisen, dass sich meine Upload-Zeiten jetzt in den Sommerferien ändern werden, also vergiss nicht die Glocke zu aktivieren, um nicht die neuesten Videos zu verpassen, abonniert diesen Kanal, kommentiert und gebt den ganzen einen Like. Um mich zu supporten und ja, danke für eure Unterstützung. Ich wünsche euch ganz viel Erholung bei diesem Video. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu deiner ganz persönlichen Tattoo-Session. Heute werde ich dir ein wunderschönes Tattoo-Session. Und ich hoffe, du wirst diese entspannte Erfahrung genießen. Setz dich bequem hin, schließe deine Augen, lass dich von meinen sanften Geräuschen und meinen kleinen Flüster beruhigen. Dazu werde ich mir erstmal sterile Handschuhe anziehen. Zuerst werde ich alles vorbereiten. Ich habe hier eine sterile Naht, frische Tente und alle notwendigen Utensilien, um sicherzustellen, dass alles sauber und sicherzustellen, dass alles sauber und sicher ist. So. Die sterile Naht, glaube ich, schon geöffnet. Und werde sie jetzt noch sicherheitshalber desinfizieren. Okay. Okay. So, ich habe jetzt noch ein paar Teile. Und lege jetzt die Nadel vorsichtig zur Seite. Nun werde ich die Stelle an der dein Tattoo platziert wird gründlich reinigen. Dann machen wir deinen hübschen Arm. Schläge deinen Arm bitte aus. Es könnte sich jetzt etwas kühl anfühlen und ordentlich. Auf geht's. Jetzt bin ich noch mal. Ich habe noch mal. Ich gebe dir meine Hübschen. Ich gebe dir deine Hübschen. Ich gebe dir meine Hübschen. Gut, wird auch gar nicht so schlimm, oder? Perfekt, deine Haut ist jetzt bereit für das Tattoo. Als nächstes werde ich die Vorlage auf deine Haut übertragen. Blöck, 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 blöck. Klatsch, sch **, sch, sch, sch. Hier ist dieses Finger zum Kopf. Gut, wir hatten ja das hier, genau, dieses Motiv, nicht wahr? So, ich zeichne die Konturen auf ein Stück. Ein Stück Transferpapier. Das Design sieht gleich wunderschön aus. Ich verspreche es dir. Okay. 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 Ich schneide das Stück Transferpapier auf. Und lege es gleich auf deine Haut. Okay. 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 Und jetzt das Pratser ab wie auf deinem Haut aufdragen. Jetzt werde ich es sanft aufdrucken, damit die dentaar auf deinem Haut überdragen wird. Langsam ziehe ich das Papier ab. Sie sehen nur, wie klar und deutlich die Konturen sind. Jetzt geht's los. Ich bereite die Maschine jetzt. Lass du das so machen. Das ist die Dätowiermaschine. Keine Sorge, es wird nur ein leichtes Kribbeln sein. Ich tauche die Nadel in die Tinte ein. Und beginne mit den ersten Linien. Das soll jetzt ein leichtes Kratzgeräusch auf deine Haut zu hören sein. Atme tief ein und aus. Spürst du das sanfte Vibrieren auf deiner Haut? Und das ist ein Zeichen dafür, dass das in der Tattoo-Form annimmt. Ich komme in die Schattierung und die Tinte. Ich wechsle die Mata für meine Marilie her. So, ich werde jetzt mit der kleine Nadel in die Tinte reingehen. Diese kleine Nadel ist perfekt für die Tints. Es wird sich vielleicht etwas anders anfühlen. Aber es ist immer noch sehr sanft. so... ... ... ... Du musst das großartig. Die Schattierung verleihen dem Tattoo Tiefe und Charakter. Das wird so richtig gut aussehen. Vertraue. Das wird so richtig gut aussehen. 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 Wir sind fast fertig. Ich gebe jetzt noch den letzten Schliff und überprüfe gleich, ob alles perfekt ist. So. Perfekt. So, jetzt bin ich fertig. Ich spreche jetzt über schüssige Tinte und Haute Risse an. Wow. Dein Haut sieht wunderschön aus. Und das Tattoo ist perfekt geworden. Ich lege jetzt eine Schutzfolie auf, damit das Tattoo gut heilt kann. Das Tattoo gut geht. Ich lege jetzt nicht zu wollen. Okay. Gut, stelle ich mal. So, das Tattoo wird somit gut heilen. Du solltest das für ein paar Stunden drauf lassen und dann, wie besprochen, pflegen. Oh, ich habe was vergessen, drauf zu machen. Moment, ich muss mal eben kurz die Schutzfolie abziehen. Ich möchte das nicht ausfüllen. Jetzt noch die Stille auf der Hand. Und jetzt die Schütze. Ich glaube nur, ich werde die Stelle jetzt noch etwas abkühlen, und zwar mit dieser Massagebunkel. Das wird dann auch noch gut tun. Das wird dann auch beruhigen. Das wird dann auch noch gut tun. Das hast du bei Rima gemacht. So, und werde dann noch hier noch die bei deinem Mund streichen. So, gut. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.